So weiter geht, Super Mario Galaxy 2. Zum End-Bus gehen wir jetzt. 1, 2, 3, wir sind fast da. Hoppa, hoppa, hausse, hoppa. Und weg mit dem Rixxer. Er hat auch keine Chance gegen uns. Damn, ich kriege den Schlag in die Fresse. Wow, zack, und runter mit dir. Und rein da. Checkpoint. Upsa. Was gibt's denn hier? Nichts Besonderes. Ups. Klatsch. Die kommt, will mich schlagen. Dann ist die Schlag in die Rixxer. Oh. Oh, 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 oh. Was muss ich mich aber holen dann? Ich brauch sowas. Oh, 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 oh. Schon? Das war's? Das war's schon. Jetzt kommt der. Aha, du bist also wirklich weit gekommen. Ich brauch Papas Hilfe nicht, um mit dir fertig zu werden. Cola Carambolos. Dein Abendessen ist fertig, aber denk dran, auf deinen Bauch aufzupassen. Hat er mir jetzt einen Tipp gegeben, wie ich den schlagen muss? Ich glaub schon. Ach, der, den hab ich auch im Trailer gesehen. Ja, komm, der zählt kein Kack hier. Versteh ich eben. Aua, man. Was ist denn das? Hallo? Was ist denn? Das war Nummer 1. Nummer 2. Ein bisschen komisch, aber. Ganz ehrlich gesagt. Jetzt rastet der aus. Boah, der ist direkt über mir, ne? Steh auf. Oh. Zauber. Shit, man. Shit, das funktioniert nicht. Ach so, das ist, wer ist denn der Erste da? Das ist ein bisschen komisch. Jetzt, boah, Mist. Ja, und dann trifft er nicht. Ist auch heute Pile schon. So, Ende. Na ja, das ging ja. Ich hoffe, der kommt nicht nochmal rum. Stern für mich. Ich glaube, ich mach hier links mal Fernseher an. Guck nebenbei noch Fußball. Mal gucken, was Japan macht so. Nein, nicht das, Mann. Antenne. Verdammte Kacke hier. Toll, wieder kein Signal hier. Boah, ist das scheiße. Ein Welten-Tor wurde geöffnet. Aha. Bisschen, um den Schmerz nachzuempfinden aus der 24. Minute Mitte der ersten Halbzeit. So, der Fußball läuft. Ich mach mal ein bisschen. So, du hast es geschafft. Du hast einen großen Stern zurückgebracht. Großartig. Die Kraft des großen Sterns erlaubt es uns, die nächste Welt anzusteuern. Auf der Suche nach der kostbaren Person. Dir kostbaren Person. Boah, kennen die den Namen nicht, ey. Weiter geht's. Boah, Mario am Steuerbord. Oh, oh. Der Alleskönner. Oh, hier sieht's schon ein bisschen größer aus. Fetty. Wow, sieh dir das mal an. Eine komplett neue Welt. Es gibt hier vermutlich eine Menge weitere Powersterne. Volle Kraft voraus. Du bestimmst den Kurs. Ja, na klar, Fetty. Geh weg. Puzzle-Planken-Galaxie. Dorotin fliegen. So, das Geheimnis des Bilderrätsels, okay. Was ist dorthin? Was ist dorthin? Flieg, Mario, flieg. So, das Geheimnis des Bilderrätsels, okay. Wird auch nicht anders sein, gell. Das Geheimnis des Bilderrätsel. Wird auch eine Million Punkte gehen. Na, ist ein Schild, freue mich. Das sind glaube ich so Hilfen, wenn man den Preis wieder weiterkommt. Uh-oh, 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 uh-oh. Yeah! Yahoo! Yeah! Bye! Hey! Wahoo! Yeah, uh-oh, uh-oh! Woo! Was muss ich denn jetzt machen? Ich geh mal trotzdem da dran. Ich weiß echt nicht, was ich machen muss. Stampfattacke. Ich weiß, wie eine Stampfattacke geht. Was muss ich machen? Nochmal hier drauf stampfen. Aha. Okay. Was gecheckt. Gehst du mir mal aus dem Weg? Du Nervensäge. Ey, das gibt's nicht nur wegen diesem blöden Penner hier, ey. Stier. Qualfall. Oh, Mann. Hör mir die Scheißdinger ein. Geh drauf. Was ist jetzt? Oh, jetzt geht weiter. Ich kann ja das Spiel kommentieren und das Spiel. Oh, jetzt geht's. 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 Oh, jetzt geht's.